Bis jetzt haben wir ja nur in einer Tabelle immer Filterungen vorgenommen. Unsere Datenbank besteht aber auch noch aus zwei anderen Tabellen. Wir haben immer aus der Schülertabelle gefiltert. Jetzt sehen wir hier, wir haben noch eine Tabelle Klassen und eine Tabelle Lehrer. Und die haben eine Verknüpfung miteinander. Das können wir hier sehen. Also die Lehrertabelle hat eine Klassen-ID und die ist verknüpft mit der ID aus der Klassentabelle. Und die Schülertabelle hat hier auch eine Klassen-ID und dies verknüpft ebenfalls mit der ID aus der Klassentabelle. So, erst wenn diese drei Tabellen miteinander verknüpft sind, kann man auch dann Daten aus den anderen Tabellen abfragen. Bis jetzt haben wir nur immer Daten aus einer Tabelle abgefragt. Jetzt ist erst mal die Frage, wie verknüpft man die Tabellen? Also hier haben wir erst mal eine Schülertabelle ausgewählt und jetzt brauchen wir die anderen beiden. Das machen wir mit dem Befehl Join. Hier wählen wir die andere Tabelle aus, also in dem Fall nicht Lehrer, weil wir hier keine Verknüpfung nach drüben haben. Sonst hätten wir hier irgendwie einen grünen Balken. Wir haben hier den roten. Also brauchen wir hier die Tabelle Klassen. Jetzt müssen wir schauen. Spicken wir noch mal kurz. Die Klassentabelle mit der Schülertabelle ist über die Klassen-ID und der ID aus dieser Tabelle verbunden. Das bedeutet, wir brauchen aus der Klassen-ID die ID, wählen ein istgleich und, du musst noch mal her, und bei der Schülertabelle haben wir hier die Klassen-ID. Das heißt, Schülertabelle, Klassen-ID. Jetzt haben wir beide Tabellen miteinander verbunden. Wenn wir jetzt eine Abfrage machen würden, also wir haben jetzt hier nur die Abfrage der Schüler, die müssen wir natürlich erweitern, plus, und jetzt können wir natürlich auch die Spalten der Klassen ausgeben. Das heißt, wir haben einmal die Schüler, alle Schüler aus der Tabelle und einmal Sternchen von den Klassen. Einmal hier. Wenn wir das hier ausgeben, haben wir die Tabelle jetzt ganz schön erweitert. Wir haben jetzt hier einmal die Tabelle, die wir zuerst immer hatten, von ID, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Klasse, und das hier ist die zweite Tabelle. Jetzt haben wir aber noch eine dritte Tabelle mit den Lehrern, die joinen wir jetzt auch. Also wieder Join, Tabelle Lehrer, jetzt müssen wir wieder überlegen, Tabelle Lehrer, wie ist die da verknüpft? Mit Schüler können wir es nicht verknüpfen. Also sagen wir hier Lehrer, jetzt brauchen wir auch die Lehrertabelle, Klassen-ID ist gleich, die bezieht sich auf diese ID. Also brauchen wir wieder Klasse-ID. Jetzt sind alle drei Tabellen miteinander verbunden und wir könnten alle drei Tabellen auch ausgeben. Müssen wir natürlich wieder erweitern, weil wir haben einmal alle Inhalte der Schülertabelle, alle Inhalte der Klassentabelle und jetzt könnten wir noch alle Inhalte der Lehrertabelle ausgeben. Das wird jetzt ziemlich breit werden, aber hier haben wir praktisch alle Ergebnisse. Wenn wir das etwas übersichtlicher haben wollen, dann kann man zum Beispiel hergehen und sagen, aus der Spalte, aus der Tabelle Schüler, da wollen wir nur den Vornamen haben. Wir haben aus der Klassentabelle, da wollen wir nur den Namen haben, Namen der Klasse und den entsprechenden Lehrer dazu. Dann ist es etwas übersichtlicher, also wir haben jetzt den Vornamen, den Klassennamen und dazu dann entsprechend den Lehrer immer dazu. Okay.